Yo, was geht ab, was geht ab, meine Freunde. Willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar geht es heute um KMN Gang, denn es gibt ein Lied, das heißt Ich und meine Mango oder beziehungsweise Mango. Ich weiß nicht, die haben den Song irgendwie nie rausgebracht, meine ich zu wissen. Und ja, den Lied gibt es schon seit Längerem, aber ich feiere das Lied irgendwie ein bisschen. Also geht eigentlich. Ich lasse mich mal kurz reinhören. Also ich weiß gar nicht, warum sie das Lied nicht einfach droppen. Feiere ich. Es wurden auch alle auf Spotify und so streamen, wie gesagt. Verstehe ich nicht. Schade eigentlich. Geiler Song. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Lied findet, falls ihr das schon mal irgendwo gehört habt. Der Song Ich und meine Mango. Ich bin zufällig auf das gestoßen. Ich weiß eigentlich auch nicht wie. Feiere ich. Vielleicht wird es ja noch gedroppt. Und zum zweiten gibt es noch von KMN Gang. Nur ist es, glaube ich, kall, kall. Ihr kennt den Song, ähm, Röke 10 von Mero. Und ja, der Beat ist ja, haben sie sich geholt von Mero. Geiler Beat auf jeden Fall. Aber ich glaube, er hat sogar den Song vor ihm gehabt, aber halt nicht veröffentlicht. Beziehungsweise der Leak war schon vorher draußen. Äh, wir können mal kurz reinhören. Also geile Songs sind echt zwei geile Songs. Ich weiß nicht, warum die das einfach nicht droppen. Äh, wird sich auch jeder auf Spotify gönnen. Wie gesagt, ähm, vielleicht hauen sie sich ja noch aus. Ich kann es euch nicht sagen. Ich denke aber eher nicht, dass wir für mich mal realistisch sind. Ähm, ja, sind geile Tracks, aber man weiß nie. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Tracks findet. Und ja, Freunde. Dann muss ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Peace.